ähm, da, äh, nein, i. Neues Rezept gelernt, das ist super. Gericht. Wo ist das Gericht? Ach, habe ich schon. Habe ich schon. Ähm, hier auch. Okay, dann haben wir hier aber auch noch eine Mission, weil hier... Eisenwaren, das mit dem Lehm. Verstehe ich nicht. Hummerbrötchen Sushi. Ein Hummerbrötchen, ich muss ja eigentlich mal gucken. Denken hier auch nur alle entfressen, ey. Teka, Maki. Ähm, Sake, Maki und Teka, Maki. Okay. Ja, ich leite mittelnd unter Alzheimer. Und das haben wir. Ähm. Auf jeden Fall irgendwas mit Maki. Maki, Maki, Maki. Ja. Ähm. Ähm, das Massaker. Dazu fehlt uns das hier. Und das andere können wir das andere schon herstellen. Ähm, da fehlt uns auch das hier. Da müssen wir definitiv nochmal angeln gehen. Ähm, da hole ich mir mal Goofy zur Hilfe. Wo steckt Goofy? Ähm. Na, hier unten. Super. Da, wo ich sowieso hin will. Äh, da. Ach, ja. Da will ich sowieso hin will. Goofy. Ist er schon wieder weg? Ach, da ist er ja. Bleib mal stehen da. Ähm, lass uns abhängen. Super. Ähm, ich brauche nämlich von dir Unterstützung. Ich muss dich mal ein bisschen ausnutzen. Besser sagt, ich brauche deinen Darm. Okay. Dann gehe ich mal oben an den Teich. Die Musik immer. Na, na, na. So, einmal mal irgendwo hier rein machen. Wenn ich sowieso beim Angeln bin. Dann kann ich auch die blauen Kreise gleich mitmachen. Oder auch so. Ich hätte sowieso außen ran, äh, rangemusst. Warum nicht? Yeah. Äh, da ist auch noch was. Super, danke. Hier auch. Meinen Rest kann ich mir verkaufen. Das ist mal das schönste heran. Hm. Das gibt er mir aber nicht ab. Von den teuren gibt er mir nicht ab. Das ist ja ein Geizkragen. Joa, wir angeln jetzt mal uns erstmal kurz durch. Dann mache ich das Rezept. Und dann haben wir wieder die nächste Mission. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Toll, hast du toll gemacht. So, hast du super toll gemacht. Ich glaube, ich habe aus den ganzen anderen Materialien... Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wow. Da blumen nehme ich natürlich mit. Wir müssen nochmal wieder ab und zu was verschenken. Obwohl, die Fische, die ich jetzt nicht... Ich brauche eigentlich die Fische nicht. Aber ich kann die erstmal verschenken. An die, die sich diese wünschen. Das ist mir ja eine große Hilfe. Hier ist echt so ein Nebelschatten hier über mir. Dann dieses abgestörtte Flugzeug da. Dann ist sie aber auch nicht. So, und auch hier auch nicht. Aber hier sind schöne Blumen. Die nehmen wir natürlich mit. Den Frosch lasse ich natürlich zu Hause. Meine Güte ey. Die Kokosnüsseleien, die nehmen wir ja auch mit. Weil, wenn ich wieder erschöpft bin, brauche ich was. Meine Stimme ist schon wieder fast erschöpft. Das ist doch nicht nochmal normal. Da Bananen. Hier ist auch noch was. Berger, brauche ich nämlich einen kleinen Fried mit. Damit er mir nochmal was ausspuckt. Aber erstmal sind wir hier. Nö. Rot, rot, rot. Ich liebe die Regel des Wassers. Die Regel des Wassers. Oh ja. Ich werde diesen Scheiß auch sofort bestraft. Ja. 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 Da kommt wirklich. Ja. Wie ist mein Goofi sich böckt? Ja. 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 Ich muss jetzt nicht überall nachschauen. Ich kann ja mal gucken, ob da hinten noch was ist. Wenn ich reißen, dann gleich mal hoch. Sag ich doch, hier ist noch was blaues. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Das ist super. Das ist toll. Jetzt muss ich aber im Moment gucken. Ist das noch questrelevant? Nein. Die kann ich jetzt eigentlich dann auch ablegen. Die Sachen. Okay. Dann haben wir hier Dreamlights schon wieder. 150. Besser als ja nicht. Ähm. Karte. Ich glaube, ich habe mein Kind, das schreibt gerade das Schlafzimmer zu. Die ist heute so aufgeweckt. Das ist nicht mehr normal. Hier. Du hast ja immer Hunger auf Fisch, wa? Hallo. Ich habe eventuell den richtigen Fisch dabei. Äh. Karpfen. Karpfen. Nö. Hab ich nicht. Man kriegt so nicht. Ach. Der mit seiner Fischsuppe. Ähm. Fischsuppe. Fischbrötchen. Fischsuppe. Hier. Fischbrötchen. Ein Fisch. Pfff. Ja, hier. Ähm. Dazu brauche ich auf jeden Fall einmal Milch. So. Einmal. Gut. Die Maus ist auch schneller verschwunden als gedacht. Dann hier. Nochmal. Ähm. Fischsuppe. Für den Löwen. Hier. Erstmal. Tekadada da. Ich brauche da zweimal. Wie viel habe ich denn? Ich habe nur zweimal da. Das muss ich doch nochmal angeln. Dann kann ich eigentlich erstmal die Fischsuppe machen. Um das dann abzugeben. Ähm. Fischsuppe. Hier. Ähm. 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 Möhre. Ähm. Ähm. Milch. Und hier. Super. Kochen. Yeah. Ähm. Dann haben wir jetzt erstmal was abzugeben. Verschwinde doch mal. So. Oh. Wie gut. Du bist es. Ja natürlich. Ich bin's immer. Ähm. Ich bin dein Vater. I love you. I love you. I love you. Yes I do.